ist das da oben hinter dem haus hinter dem haus ist das kloster wo wir heute nacht übernachtet haben da oben auf dem berg oder war es der da hinten der berg da hinten da ist das kloster oben und von da sind wir hier runter durch die berge sind wir bis hierher und jetzt müssen wir aber immer noch eine weile laufen jetzt fängt es an zum regnen und da vorne kommt ein kleines teil betonküste das wird schön aber hier war nur dreck und schlamm bis jetzt ja egal war schön und gott sei dank hat die sonne nicht gescheint weil ich bin sowieso schon verschwitzt hier schon von der hohen luftfeuchtigkeit noch mal hier durch die reißfelder die leute leben in dreck und schlamm ist echt der hammer aber haben strom wasserkraft alles aus wasserkraft hier und zum essen haben sie auch genug und dann ist ja okay schon mal strom wasser essen alle in eigenen häusern und die häuser sind gar nicht so übel ne bauen ständig neue ja also auf jeden fall gut